Hier gibt es eine kleine Vorgeschichte zum erzählen, das macht Kontakte oder auch nicht Kontakte oder man macht gute Sachen oder schlechte Sachen, aber seit einigen Jahren sind wir mit Erdogan in Kontakt und der hat dann in der Plakette Ostkart 2018 auf einmal Eintracht aufgesucht und uns aufgesucht und war dann da gekommen. Aus dem Aus ist eine ganz tolle Geschichte entstanden, er hat uns weiter begleitet am Aktivbummel, hat uns richtig leckere Schlemmerstunden bereitet und doch so einiges andere ermöglicht und ist ein ganz besonderer Mensch. Aus meiner Sicht, das wird er wahrscheinlich jetzt sagen, nein das bin ich nicht, aber doch, er ist es. Und er kennt nur das Wort Geber, er kennt kein Ahnen, kein ich bruche etwas. Er hat mich gefragt, ob er einen Zettel für uns schieben will, er hat gesagt ja. Er war total dankbar dafür, mir hätte er dankbar sein müssen, aber er war dankbar dafür. Und heute ist er da, er hat unseren Zettel geschoben. Herzlichen Dank René Wixler. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ja, gut. Das Ahnen, der Mensch. eins ums andere. Noch düst im Gordesch der Knulleri mit drosselter Energie am Volk vorbei und verspriet seine dampfende Pistole. Als die Mann im Mond sei noch die Snow in der Träfung Humor abhanden gekommen. Der Betenwechsel schwammt vor. Es ist 1958 auf der Erdenblatt Neutron. Sizilie Basel steht seit langem fest. Reformiert, witzig, gar nicht zuletzt. Kurz entschlossen düst er runter, mitten ins Feuerwerk gehabe. Die Leute, die es sehen, geben besonderes Pracht, sind entzückt eine einmalige Raketenpracht, von hinter einem Baum gerecht ein Dackel weffelt gegen das leuchteste Dackel. Ein paar Männer helfen später laden. Drei liegt Raketen auf meinem Wagen. Der Mann im Mond ladet, um zur Nacht als Dank ins Restaurant Eintracht. Man witzelt miteinander, schmiedet Pläne, versteht sich gut und hat sich gern. Für den Mondmann fällt den Mann ein, »Könnt der Irkischlamme Knulleri« sein. Das wird im Kniebeck so beschlossen, und ganz schnell und unverdrossen gründen die begründeten Männer ein Wagen gegen noch Ende Januar. Von dort weg, ganze 61 lang Jahre, intrigiert der Knulleri uns ins Ohr, hat manchen Streitze mit Wort beliert und übliche Sachen treffen und perserviert. In Basel lebt man etwas nach der Sohn. Warum kann man sie genau so nicht hören? Wieso schreibt man immer wieder ein, was eigentlich gesagt müsste sein? Haben die, die mit Korrektes begründen vielleicht Horror von tatsächlicher Sünden? Zum Beispiel der Wappenverkaufsfluss oder im Bundeshaus der Lobbyismus? Es gäbe die viel über all das zu sagen. Wir werden jetzt aber eher beklagen, dass der Knulleri uns verrott und zum Mond zurückgekommen wird. Der Mensch treibt die Erde ins Arge, beutet aus bis ins Abholz die Karge. Und das ist, was uns der Abflug sagt. Auch da hat der Trafik Humor versagt. Und das ist, was uns der Abflug sagt. 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 Und das ist, was uns der Abflug sagt.